Als sie in Bretzfeld hat sie sich arg 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 aufgeschaut, wie ein bisschen blöd ist. Ja, ganz einfach. Ich habe mir Kommentare nachher auf dem Video, gell, André, die sind dran. Wie jetzt stehen. Ich glaube, dass es die Gäste nicht mehr so gibt, die man noch nicht mehr hat. Da wird ja entspricht, weil sie das nicht mehr sehen. Ich habe einen Höhepunkt, weil sie mit der Gäste nicht mehr ansteht. Von dem Viertel ist es in der Nähe von dem Viertel. Deshalb sind die Viertel im Viertel. Und sie sind die Betriebsmusik, die man nicht mehr abschaut hat. Oh mein Gott, das ist für mich. 239 Kilo, also der Kulka, die Schubbüder auf sich zu lösen. Herzlichen Dank. Ja, das war schön, der Kulka. Das ist klauschig. Aber dann geht es einfach, dann geht es ja alles in Blaugel. Zum Fahren. Ja, mit dem Geheimdienst. Ich sehe Blaugel bestimmt, oder? Das ist lieber. Das sind wir am nächsten Fans da. Und am Anfang waren es die Stimme. Ja, das fällt doch. Ja, das ist ein bisschen. Aber dann noch mehr. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist das toll?